Der deutsche Vizekanzler Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck besucht am Dienstag Österreich. Als besonders von russischen Gaslieferungen abhängige Länder möchten Österreich und Deutschland ihre Zusammenarbeit verstärken. Etwa in bilateraler und europäischer Kooperation, beim schnellstmöglichen Ausstieg aus russischem Gas, der Erschließung alternativer Quellen und dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energie, teilt das Büro von Vizekanzler Werner Kogler mit. Nach bilateralen Gesprächen mit Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler findet am Dienstagvormittag ein gemeinsamer Pressetermin mit dem deutschen Grünpolitiker im Klimaschutzministerium statt. Anschließend besichtigen Habeck, Kogler und Gewessler eine der stärksten Großwärmepumpen Mitteleuropas im Kraftwerk Simmering. Am Nachmittag trifft Habeck Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Europaministerin Karoline Edstadler. Den Abschluss des eintägigen Besuchs bildet eine Unterredung mit Bundespräsident Alexander van der Bellen.